Warum haben Sie die Umwelt AG gekündigt? Also ich habe die Umwelt AG auf Wunsch einiger Schülerinnen und Schüler gegründet, die sich gefragt haben, warum bietet das Ernst-Abbe-Gymnasium denn noch keine AG über das Thema Umwelt an? Und daraus ist die Umwelt AG entstanden. Was gefällt Ihnen so an der Umwelt AG? Also mir gefällt die Begeisterung, mit der die Schülerinnen und Schüler jeden Mittwoch in der 7. und 8. Stunde zur Umwelt AG kommen und mit welcher Begeisterung Sie neue Projekte, wie zum Beispiel den Teich bei Haus 1, anpacken. Was macht ihr hier in der Umwelt AG? Wir wollen vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium Haus 1, gibt es einen Teich und den wollen wir wieder auf Vordermann bringen. Wir sammeln Müll in der ganzen Stadt und damit sie wieder schöner aussieht. Wir kümmern uns auch ein bisschen um die Außenausstattung. Zum Beispiel um Bänke und die Bänke sind auch klimaneutral. Warum seid ihr der Umwelt AG beigetreten? Ich bin der Umwelt AG beigetreten, damit sich die Umwelt wieder verbessert. Ich bin der Umwelt AG beigetreten, weil es mich interessiert hat, was wir hier so machen. Ich bin der Umwelt AG beigetreten, weil ich der Umwelt helfen will und sie auch verschönern möchte. Warum seid ihr der Umwelt AG beigetreten? Ich bin der Umwelt AG beigetreten, weil ich mich sehr für die Umwelt interessiere. Ich bin der Umwelt AG beigetreten, weil ich die Umwelt verbessern möchte. Was macht ihr hier in der Umwelt AG? Wir haben Sammelboxen aufgestellt, um alte Druckerpatronen zu sammeln. Namenssammeltrachen. Warum seid ihr der Umwelt AG beigetreten? Ich bin der Umwelt AG beigetreten, weil ich etwas für die Umwelt tun will. Ich bin der Umwelt AG beigetreten, weil mir die Umwelt wichtig ist und ich etwas für die Umwelt tun wollte. Ich bin der Umwelt AG beigetreten, weil ich mich für die Umwelt interessiere. Ich bin der Umwelt AG beigetreten. Bis zum nächsten Mal.